Musik Gut ist nicht genug, Obergut, lautet das Motto der Familie Ober mit ihrer herrlichen Mostschenke in Braunau. Denn hier sitzt man in gemütlicher Atmosphäre mit Familie und Freunden beisammen und lässt sich so richtig verwöhnen. Unsere Leute fühlen sich sehr wohl und wir haben auch so ein Publikum-Mix von sehr jung bis alt und Frauen, Männer, alles gemischt, Kinder, weil wir auch einen Kinderspielbereich für unsere Kleinen der Bayern haben. Es ist einfach ein Spaß für alle. Und wenn mal eine große Familienfeier ansteht, dann ist das Obergut genau die richtige Adresse. Die Gaststube im wunderschönen Gewölbe fasst bis zu 100 Personen. Im ebenso gemütlichen Raucherbereich haben weitere 70 Gäste Platz. Und dann heißt es Mahlzeit. Also wir haben warme Sachen auch der Bayern. Wir plunzen Größel, Schweinsbraten und vieles mehr. Und wenn sie nach dem Essen quasi das Bauch ein wenig spannt, dann haben wir natürlich einen edlen Tropfen, einen guten Schnapserl von unserer Schaubrennerei. Und sollte ein Schnapserl besonders gemundet haben, dann empfiehlt sich der eigene Hofladen nebenan. Dort wartet ein vielfältiges Sortiment an natürlichen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten auf Sie. Das Obergut. Genuss mit allen Sinnen erleben.